hallo freunde ich freue mich euch zu einen neuen let's play begrüßen zu dürfen aber eigentlich ist es kein let's play eigentlich ist es ein let's not play wir spielen ein spiel das von draw me a pixel 2020 veröffentlicht worden ist mit dem namen der is no game vielleicht kennt ihr das schon es ist ein sehr sehr schönes spiel das versucht kein spiel zu sein am anfang dachte ich habe schon mal gespielt gehabt am anfang dachte ich es wäre kurzweilig es war ein bisschen humorvoll und so weiter und so fort aber ohne große story oder sonst irgendwas dahinter aber da habe ich mich gehrt das spiel besitzt eine ziemliche tiefe die mich ehrlich gesagt sehr sehr beeindruckt hat auch die interaktion zwischen spieler und spiel beziehungsweise programm es will ziemlich klasse und ja das will ich jetzt mit euch zusammen spielen wie gesagt es ist nicht blind ich habe schon mal gespielt ich kenne die story viele sachen weiß ich noch wie es funktioniert viele sachen habe ich allerdings auch wieder vergessen und muss es noch mal neu herausfinden aber es ist auch nicht besonders schwierig das spiel und es gibt auch immer so ein hilfsbutton womit wir wenn wir mal nicht weiterkommen weiterkommen könnten oder so also sehr sehr gut gemacht und man sieht auch schon wie das ist wenn du das hier lesen kannst verlasse das programm wir verlassen das programm natürlich nicht kein spiel von tromi pixel mit unterstützung von cnc der ist nur game nicht klicken um zu starten ich klicke aber trotzdem mal ich gestatten will so ist haben wir hier kein spiel hier da haben mal nutzlos option und hier geht es lang das will auch jedenfalls sagen dass wir das anklicken sollen aber wir wissen schon das ist eigentlich der ausgang dann beenden mal das spiel und ich glaube wenn wir das jetzt machen würden das hat glaube ich so ganz die errungenschaft gegeben hat es gemacht hätten aber wir wollen ja das spiel spielen also dieses spiel das kein spiel sein will wollen wir spielen in diesen letzten not play und deswegen klicken wir hier wo das kann irgendwo kein spiel ist so ich habe schon mal angefangen ganz kurz dann habe ich aber gemerkt gehabt ich muss die webcam doch ein bisschen runter setzen weil die untertitel meistens hier oben waren und dann war es unter der webcam deswegen habe ich jetzt nochmals neu angefangen ja ich würde sagen müsse m baby oder wie auch immer wir fangen mit kapitel 1 natürlich an ja 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 ich möchte trotzdem fortfahren wir wollen ja das ganze von anfang an sehen so und wie immer geht es richtig schön los mit einem vorhang ja mal unser menü und unser hilfsbutton auch aber nicht ich würde sagen wir ziehen jetzt einfach mal an der kurdel und das vorhang aufzumachen kapitel 1 so man sieht es auch wo man sieht nicht immer ob man was machen kann hier bleibt zum beispiel der cursor auf den aber ich würde sagen wir klopfen einfach mal an hallo jemand daheim wie kannst du nur beinahe den titel vergessen oh das geht nicht immer genau druck eine und das ist doch kein worum hei w h h e ist doch w h e w h i w h w h w w Ja, es gibt kein Spiel, aber nur zwischen dir und mir. Ansonst für eine Refinung, wenn du kannst. Du wißt du, mein Kreator hat gut zu essen und tritt seinen 12 Kindern. Und seine Frau, die sick ist. Wenn er endlich einen findet. Also, ist das Ding zu halten? Es halten. Also, du hast es da schon etwas ein bisschen... Wenn man hier sieht, mit Kette und hier sehr, sehr improvisiert. Wirklich? Dann sollte man es vielleicht mal anfassen, ha? Ups. Hallo! Hallo! Ich bin noch da. Nein, ich bin noch da. Keine Sorge. Siehst du hier, mein Mausteiger, ich bin noch da. Die Interaktionen sind einfach so klasse, auch was der Erzähler quasi immer erzählt. Ist einfach klasse. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Jaaa! Nein! Okay, aber für einen Greensaver spielen wir doch schon einiges schönes Ding. Okay, Spiel ist weg, aber wir spielen weiter mit den Ping-Pong-Dings. Wie heißt das? Genau, mit dem. Bravo, User. Ich bin glücklich. Du hast mir mein schönes Titel verbringst. Wenn das so ist, dann machen wir etwas solid. Ich hätte mich ein bisschen überrascht. Wenn du das Titel einfach nur allein diese Zeit. Ja. Ist das eine chromatische Aberration oder ist diese Letzte tilten? Da, das sieht man auch. Das hebt nicht mehr so gut. Ich glaube, das Ding ist ein bisschen zu schwer. Stop tapping everywhere. It's annoying. I can't close the program myself. You have to quit. Machen wir aber nicht. Okay, I get it. You want to play your game? All right. We're going to play, ähm, 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 Rochambo. Was ist Rochambo? You have a great time. You know, it's the one with rock, paper, scissors. Ah. Rock breaks scissors. Paper covers rock. And scissors cut paper. Okay, I will start. Here is my choice. Okay. Nehmen wir mal die Schere. Ey. Du schummelst. Wenn du es sagst. Ah. Der schummelt. Ja. Ja, vor allem, weil du immer die Sachen draufklebst. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Haus putzen. Nee. You really suck at this. Oh, oh. Tell me, your screen didn't fall asleep. The bad news is that you lose every single time. The good news is that you are not breaking anything. That's great. Okay, wir sollen was kaputt machen. Hat er ja auch gesagt gehabt. I think I'm going to shut up and watch your video gaming demise in silence. It's the perfect time to quit the program. Soll man? Nee. Aber ich glaube, er sagt jetzt auch nichts mehr Neues. Glaube ich. Ich würde sagen, wir... Habt ihr schon gesehen, wie die Schere hier bei ihm aussieht? Hier. Ich würde sagen... My scissors. Are you serious? You want to win my cheating? Have you no shame? If I were you, I would quit the program right away. And I would even make up for my errors by uninstalling it. Without even asking for a refund. So. Don't play with the scissors. You will cut yourself. Ich, nein, aber ich dachte mir, wir könnten vielleicht das Ding abschneiden. Was haltet ihr davon? Sagst du noch irgendwas Interessantes? Das? Ups. Ah, ha, ha. The safety airbag. Luckily, I thought of everything to protect the game. The non-game. No more game here. Aber hier steht, äh, hier steht, hier ist game. That's why we're going to stop now and you're going to leave. Happy to have played a fantastic break breaker and an incredible game of Rochambeau that was not at all weekend. Aha. Ah. You were ready instead of playing with that metal letter. Wir können es auf jeden Fall runterfallen lassen. Ob das was bringt? Ah. Ich weiß, dass es ein Bildschirm gab, wo es was gebracht hat. Ach, guck mal. Da oben. Ich wusste, irgendwo passiert was, wo wir was machen können. Hier. Where did that come from? That's not supposed to be on the screen. Strange. I had put it on the top shelf. Ja, jetzt ist es runtergefallen. Ready. Mm. Are you crazy? I, I couldn't talk at all. It was, like I was suffocating. Please, don't touch that icon anymore. Mm. Mm. Are you trying to get rid of me or what? Digital assassin. Oh, ho. Oh, Digital assassino. Ho, 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 ho. Ich will den Mauszeiger fangen. Guck mal, wir haben noch was Spitzes. Ups. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. So. Hallo. Wir haben auch noch das Ding hier da. Und mit dem hier, das sieht doch aus wie ein Schraubendreher. Könnte man doch bestimmt diese Schrauben hier aufmachen, oder? Du sagst gar nichts dazu, dass ich das Ding gerade aufschraube? Ich mache das Ding hier auf. Nein, 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 nein. Nicht willkommen. Äh, der versucht wirklich uns dabei aufzuhalten, das Spiel zu spielen. Ha! Aber guck mal, was wir da haben. Wo hast du den Schlüssel gefunden? Es ist nicht wichtig. Der Schlüssel zu dieser Tür ist an meinem Seite. Schade. Ist das dieses übliche, wir schieben ein Stück Papier unten durch und holen uns den Schlüssel? Wir können aber auch noch das anklicken. Draw me a pixel. Get out of here. It's private. This is backstage. You should not be here. You're going to catch cold. Draw me a coat. Go back to the title. Nein. Wenn wir schon hier sind. Er ist eine Korrektion. My ex-title. Boy, you're so stabil. Ach, das können wir doch bestimmt auch aufschrauben. You're a pro at digging things apart. So. Wir haben jetzt auch ein Zahnrad. So. Guck mal, das sieht auch aus wie ein Schlüssel. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, konnten wir das doch hier aufschließen, oder? Hupsch. Haben wir noch einen Schlüssel? Nee. Das ist jetzt genau das, was ich gemeint habe. Jetzt können wir doch bestimmt das Ding hier unten drunter schieben. Was ist das blaue Ding unter der Tür? Ich verstehe nicht, was du machst. Das ist dir, ich bete. Mit dem Mauszeiger dann da drüben rumpulen. Am ich so zufrieden, oder are you trying to pick the lock with the Mauskursor? Ja. 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 Guck mal, was ich hier mache. Habt er das gesehen? Der will nicht, dass ich auf Spielen drück. Es wird nicht funktionieren. Ich sage dir, es wird nicht funktionieren. Ich sage dir, es wird nicht funktionieren, wie deine Neurons. Ey. Da fehlen zwei Zahnräder. Eins Hammer. Aber da fehlt noch so ein kleines hier. Wo bekommen wir das her? Könnte sein, wer weiß. Okay, wir gehen nochmal hier rüber. Stop moving from screen to screen. My system doesn't like that. Especially when it goes too fast. Ah. Okay, danke für den Hinweis. Wir machen das jetzt ziemlich schnell. I repeat. Especially when it goes too fast. Stop navigating so fast. You're going to saturate my ram. See? I warned you. Oh. Aber wir haben hier ein Abelarm. It didn't crash. We're back in the game. The non-game. I meant the non-game. Du hast dich gerade versprochen. Let's not do that again. Okay? Und da war ein, äh, ein, äh, Zahnrad. Das können wir doch aufschließen. Bravo. Der ram ist saturatet again. So. You're stealing from my memory too? You're insperating. Tut mir leid. So. Wir haben einen weiteren Zahnrad. Oh. I don't like that. Ah. Aber wir müssen es wahrscheinlich noch einschieben wieder. Da. Dammit. There's nothing left I can use to help me. Too bad I have no choice. Let's go. Let's go. Let's go. Hey. Program loading. What bad luck. You were able to press the button. I'm very upset. Now, the program is loading. And there's nothing I can do to stop it. You're good. You've bitten me. Yeah. Say, it's taking a long time to load. The progress bar stopped moving. It even looks like it's moving backwards now. There must be a new war in the program. Oh, yeah. It definitely crashed. I feel bad for you. There's nothing left. Hey, don't touch my paper. I mean the progress bar. There you go. Much better like that. Okay. Don't touch any. Stop already. Hands up. Don't touch anything else. Nein. Except that you just never give up, do you? Stimmt. Das Programm hat sich unerwartet beendet. Bitte Gerät neu starten. Wow. This is your conscience speaking. You need to restart your machine. And this is not a fake operating system. I swear. And you should not open the breveted folder for any reason. It's your conscience who's asking. Verboten brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel. Und das Ding hat doch einen Schlüssel. Gibt... Da brauchen wir aber einen Nuss. Was haben wir denn sonst noch alles? Wir haben die Uhrzeit. Das Admin-Passwort wird benötigt, um auf das Zeitsystem zuzugreifen. Okay. Dazu brauchen wir auf jeden Fall ein Ding. Papierkorb. Ist da was drin? Was sind da für Bilder drin? Bild 1. Wasser und Sonne gibt gleich mit Baum. Zukünftiger Haselnussbaum. Okay. Wir brauchen hier Regen und ein bisschen Sonne. Und dann wächst wahrscheinlich der Baum hier. Programmierwerkzeuge. Da ist ein exklusives Episode von Breaking Gold auf TV. Und deine Chance ist zu sagen, dass du es definitiv sollten und missen kannst. Geh. Nein, machen wir nicht. Keine Sorge. Oh, wir können auch drehen. Haha, da fällt was raus. Okay, kann man bestimmt brauchen. Kommt man da eigentlich auch drehen? Ja, kommt man auch drehen. Bringt aber nichts. Bild 3 haben wir ID-Card. Die könnten wir vielleicht ausdrücken oder so. Ja, gut. Das waren auf jeden Fall in den Bildern drin. Aber ich würde auch sagen, das ist doch ein schönes Teil. Ein schöner Zeitpunkt, meine ich, um das Nichtspiel zu beenden. So, was meint er dazu bisher? Also, ich finde es einfach klasse. Auch diese Kommentare von den ganzen Programmen zu den User, also zu uns quasi, wo er sagt, oh, das Klick, hör auf, da rumzuklicken, das nervt. Und auch diese Hinweise. Nicht immer so schnell hin und her und so weiter. Und ich finde, es ist einfach subtil und gelassert umgesetzt. So diese Hilfe, meine ich, was man als nächstes machen soll. Wie es weitergeht. Und wie er sich immer beschwert, weil wir was machen. Und ja, nicht, dass wir auf diesen Spielen-Button drücken. Ich finde es klasse. Und, äh, ja. Wie gesagt, so könnte man jetzt meinen, es ist, äh, ja, ein lustiges Spiel. Aber es hat tatsächlich noch sehr, sehr viel mehr Tiefe. Und so weiter mal ein Spiel. Bekommt man da immer noch mehr raus. Auch warum das Spiel kein Spiel mehr sein will, zum Beispiel. Einfach klasse. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Und bis zum nächsten, äh, zur nächsten Folge vom Let's Not Play. Bis dahin. Tschüss.